Sprechen wir über die Lage in Bergkarabach mit Viktor Yengi-Barian, dem Botschafter der Republik Armenien in Deutschland. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Herr Botschafter, zunächst gilt Ihnen unser Mitgefühl angesichts der vielen Opfer, die das tragische Unglück, die Explosion des Treibstofflagers gefordert hat. Was hören Sie über Ihre Kanäle aus Bergkarabach? Was können Sie uns über die Situation vor Ort berichten? Die Lage ist folgende. Sie haben es ganz gut beschrieben. Katastrophe in einer Katastrophe. Zehntausende Menschen sind jetzt gezwungen, von ihrer historischen Heimat, einheimischen Heimat, vertrieben zu sein. Und die einzige Hoffnung ist jetzt, dass durch diese Vertreibung, also durch diese Reise nach Armenien, die Leute eigenes Leben schützen können. Es ist eine ethnische Säuberung. Aserbaidschan hat den Latschen-Korridor, das einzige Lebensader von Bergkarabach, seit neun Monaten blockiert, geschlossen. Also die Bevölkerung in Bergkarabach war fast ausgehungert. Und jetzt, vor ein paar Tagen, hat Aserbaidschan auf brutalste Art und Weise die friedliche Bevölkerung in Bergkarabach militärisch, sowohl mit Artillerie, Granatwerfen, Drohnen, also mit allen Mitteln angegriffen. Es gibt viele Verstorbene. Wir sind auch natürlich tagtäglich in Karabach. Aber dadurch, dass es dort praktisch keine staatlichen Institutionen mehr funktionell sind, ist es auch schwer, genaue Dateien zu nennen. Bis jetzt stand gestern Abend sind über 28.000 Armenier aus Bergkarabach nach Armenien geflüchtet. Die Regierung versucht natürlich, schnellstmöglich die Lage unter Kontrolle zu bringen, im Sinne von medizinischer Hilfe, humanitärer Hilfe. Denn würde ich wiederholen, dass die Leute seit neun Monaten unter Belagerung waren, mit allen möglichen Folgen. Herr Botschafter, wenn ich da mal einhaken darf, auch Aserbaidschan hat ja jetzt angeboten, Verletzte dieser Explosion aufzunehmen. Mehrere Krankenhäuser seien bereit, eine größere Anzahl an Patienten medizinisch zu versorgen, heißt es aus Baku. Wird denn die armenische Regierung, also ihre Regierung, ihren Landsleuten in Bergkarabach empfehlen, sich in die Obhut Aserbaidschans zu begeben? Also es ist folgendes. Zuerst werden die Leute bombardiert und ermordet und danach bietet man eine Hilfe. Das ist, glaube ich, sehr zynisch. Natürlich ist jede Hilfe willkommen, aber an dieser Stelle sollte Aserbaidschan sich nicht erlauben, die Leute anzugreifen. Das wäre die beste Hilfe allerdings. Nun sieht sich ja Ihr Land mit einem ja wahren Exodus von Karabach-Armenien konfrontiert. Sie sprechen von 28.000 Menschen, die bereits in Armenien angekommen sind. Maximal 40.000 könne man aufnehmen, sagt Ihre Regierung in Erivan. Diese Kapazität dürfte ja in den nächsten Tagen bereits erreicht sein. Was machen Sie dann? Sie haben recht. Im Prinzip sind wir bereit, so viel aufzunehmen, wie viele kommen. Das sind unsere Landsleute. Viele haben Familien in Armenien. Wenn die Regierung über 40.000 spricht, geht es darum, dass die Regierung dazu vorbereitet ist. Denn eine solche große Flüchtlingswelle hat Armenien niemals erlebt. Du musst aber auch sagen, Herr Botschafter, dass Ihre Regierung ja ein Stück weit diese Fluchtbewegung, die wir jetzt erleben, auch befeuert, nämlich von der reellen Gefahr ethnischer Säuberungen durch Aserbaidschan in Bergkarabach spricht. Was erwarten Sie denn in der jetzigen Lage von Russland, Ihrer offiziellen Schutzmacht? Russland ist zuständig für Bergkarabach und es gibt eine russische Friedenstruppe dort. Doch wir haben gesehen, wie schwach sich Russland gezeigt hat. Russland ist machtlos. Der Latschenkorridor war geschlossen, obwohl es die Aufgabe Russlands war, diesen Korridor unter Kontrolle und offen, diese freie Bewegung gewährleisten. Also ist unsere Bevölkerung in Armenien auch sehr enttäuscht, weil Russland seine eigene Aufgabe nicht erfüllt hat. Wir erwarten auch von der internationalen Gemeinschaft sehr aktiv zu sein, weil nicht desto trotz liegt Aserbaidschan auf dem Territorium von Europarat. Und dieser blutige Angriff auf die Armenier in Bergkarabach ist ein Versuch, durch diese Aggressivität neue Realitäten zu schaffen, dass die aserbaidschanische Vorstellung in der ganzen Region implementiert wird. Aber in der Tat möchte ich betonen, es ist auch ein Angriff in Europa. Präsident Aliyev versucht jetzt, eine blutige Seite der europäischen Geschichte zu schreiben. Und es ist die Verantwortung der ganzen internationalen Gemeinschaft, der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, sich damit zu beschäftigen und endlich zu einer Lösung zu kommen. Sie sprechen von der internationalen Gemeinschaft, genauer gesagt auch von Europa. Nun hat allerdings Europa, namentlich Kommissionschefin Ursula von der Leyen, erst im letzten Jahr mit Baku vereinbart, dass künftig mehr Gas aus Aserbaidschan bezogen werden soll. Wovon sollte denn die Europäische Union aus ihrer Sicht abhängig machen, ob man tatsächlich weiter Gas aus Aserbaidschan bezieht? Ich glaube, auf jeden Fall müsste die Europäische Union sich auf ein Sanktionspaket einigen. Man müsste sich auf Gas- und Öl-Embargo einigen, denn die Sprache von Soft-Power kann man in Baku nicht hören. Es ist ein autoritäres Land und die Regierung in Baku würde nur Sanktionen verstehen. In der Zukunft sollte die Europäische Union auch die Bereitschaft zeigen, Armenien auch militärisch zu unterstützen. Eine harte Hand Europas jedenfalls gegenüber Aserbaidschan fordert der Botschafter der Republik Armenien in Deutschland, Viktor Yengibarian. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und viel Kraft in diesen Tagen, die eine große Herausforderung für Ihr Land darstellen. Vielen Dank nach Berlin. Vielen Dank.